Was ist das? Oh! Oh Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Verdammte Axt. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Verdammte Scheiße, bin ich gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also ich will gerade eigentlich nichts riskieren. Boah, ich glaube, wäre das jetzt gefailt. Ich glaube, ähm, ja. Das hätte ich da noch großartig machen sollen. Oh Gott, bitte, lass es doch jetzt mal vorbei sein. Hab Energie dabei. Fuck. Oh mein Gott. Oh ja, jetzt. Oh mein Gott. Jetzt, sorry, aber ich muss einen Energy Tank verbrauchen, weil sonst hier würde ein Treffer reichen und ich bin tot. So, was könnte am besten gegen das Viech helfen? Brauchen wir mal ein bisschen rumprobieren. Geil! Yes, ist das geil. Es hat geklappt. Genial. Ich bin ja, meine. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wollen wir probieren müssen jetzt? Nein, ja, stimmt. Jetzt kommt Ringman. Oh. Oh. Sorry, aber ich mache Ihnen doch mal lieber in Sicherheit. Safe State für alle Fälle. Ja, 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 ja. Machen wir doch erst mal mit dem Mega-Buster. Doch, hier ging das schon mit dem Schüsse aufladen. Cool. Na, komm. Äh, jetzt tun wir so, als hätten wir den noch niemals gespielt. Das ist der Rumhüpfer. Ja, ja, Leute. Guckt euch den mal an. Der ist doch cool, ne? Den mögen wir alle. Ich hatte damals auswendig die Taktik von ihm gelernt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe wirklich... Ich hatte damals genau seine Schritte auswendig im Kopf gehabt. So habe ich den gehasst. Ohne Mist. Das mache ich tot ernst. Ich habe den so in auswendig gelernt. Aber diesmal machen wir es kurz und schmerzlos. Ich habe die... Oh, irgendwie macht das aber immer noch nicht viel Schaden. Wenn man mich jetzt mal so fragt. Ja, ja. Ich zeige wieder meine besten Mega-Man-Künste. Auf vollem Niveau hier. Das übelste Niveau. Stopp jetzt. Na, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Ohne Mist. Das mit dem Pharao-Shot stimmt nicht. Das ist Schwachsinn, was der gerade gelabert hat. Na, warte. Ich probiere jetzt andere Attacken. Da muss was anderes viel mehr bringen. Ganz klar. Boring Man, du bist jetzt tot. Ohne Mist. Das bringt nichts. Ich habe mal so eine Idee. Bringt nichts. Bringt nichts. Bringt auch nichts. Gut. Es scheint ja tatsächlich... Das ist doch nicht wahr, echt. Es scheint tatsächlich der Pharao-Shot zu sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na dann Mahlzeit. Ja, weiter drücken. Herrlich! So. E-Tank. Jetzt verkacke ich sowieso wieder. Passt ja auf. Kinder, pass auf. Das geht so einfach mit mir. Mit mir geht das nämlich am einfachsten. Ich verkacke das so schön. Ja, jetzt ist erstmal... Ja. Jetzt kann mir nur der Mega-Buster helfen. Boah, yes! Boing Man! Mmh! Mmh! Au! Boah. Ich musste gerade gleichzeitig... Mmh! Und... Scheiß, ich habe wieder... Schluck auf. Pup! Oh shit! So! Das größte Arschloch im Spiel ist besiegt. Und ich... Pup! Die blöde Sau. Oh... Oh my god! Danke an... An L3 Riani 1... 1... Oh god! Oh my god! Okay. Randy! Die Aufnahme und... Ich sehe das gleich wieder bei... Grohl... Grohlman! 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 Das ist immer das gleiche. Ich... Deberf mit Grohlwurst! Kidna! Oh kidna! Bis gleich! Oh!